Hey. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir ein Märchen vorlesen. Also mach es dir bitte richtig bequem. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen und setze deine Kopfhörer auf für besseren Sound. Vor vielen, vielen Jahren in einem weit entfernten Königreich namens Lomarien, wo die Tage von strahlendem Sonnenschein und die Nächte von funkelnden Sternen erfüllt waren, gab es einen bemerkenswerten Palast, der auf einem Hügel thronte. Umgeben von üppigen Gärten und blühenden Blumenfeldern wurde dieses Königreich von einem jungen und furchtlosen Prinzen namens Finian regiert. Prinz Finian zeichnete sich nicht nur durch seine Tapferkeit, sondern auch durch seine Freundlichkeit und seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit aus. Er regierte sein Land mit einem liebevollen Herzen und war bei jung und alt gleichermaßen beliebt. An einem strahlenden Morgen, als Prinz Finian durch den majestätischen königlichen Wald schlenderte, vernahm er ein leises, melodisches Schluchzen, das durch die Bäume halte. Neugierig und besorgt zugleich, folgte er dem Klang und fand schließlich eine zierliche Elfe namens Elara. Sie saß auf einem moosbedeckten Stein. Ihre silbrigen Flügel waren zerzaust und beschädigt und ihre Augen waren von Tränen benetzt. Prinz Finian kniete sich berufsam neben die traurige Elare und sprach leise, »Warum weinst du, liebe Elfe? Wer hat dir dies angetan?« Elare blickte auf und ihre Augen erstrahlten vor Überraschung und Hoffnung. Als sie den freundlichen Prinzen sah, mit einer zitternden Stimme erzählte sie ihm von einer bösartigen Hexe namens Morgana, die in den letzten Tagen den Wald in Dunkelheit gehüllt hatte. Doch das Schlimmste war, dass Morgana Ellaras wunderschönen Flügel gestohlen hatte, aus purer Angst vor der Schönheit und dem Licht der Elfen. Morgana, die Fensterhexe, war eine Gestalt von unheimlicher Dunkelheit. Ihr langes, schwarzes Haar hing in wilden Locken herunter und ihre Augen waren von einem eisigen Blau, das eine kalte und bedrohliche Ausstrahlung hatte. Ihre Haut war bleich wie der Mondschein und ihre Lippen waren so rot wie Blut, was einen unheimlichen Kontrast zu ihrer Blüsse bildete. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid, das mit dunklen Juwelen und mystischen Symbolen verziert war. An ihren Fingern funkelte ein Ring mit einem funkelnden schwarzen Stein, der angeblich ihr dunkles Hexenwissen verstärkte. ihre Stimme war kalt und schneidend und sie beherrschte fünsterer Zauber, die sie für ihre selbstsüchtigen Seele einsetzte. Prinz Finian war der weise und freundliche Herrscher, war ein junger Mann von außergewöhnlicher Schönheit und Eleganz. Er hatte goldenes, blondes Haar, das in sanften Locken seine Stirn umspielte und strahlende, saphirblaue Augen, die die Farbe des klaren Lomarinimmels widerspiegelten. Sein Leichen war warm und einladend und seine Augen strahlten Freundlichkeit und Mitgefühl aus. Er trug königliche Gewänder, die aus feinen Stoffen gefertigt waren und von goldenen Stickereien verziert wurden. Doch trotz seiner königlichen Pracht strahlte er Bodenständigkeit und Bescheidenheit aus. Elare, die zarte Elfe, war von bezaubernder Anmut und Grazie. Sie hatte ein elfengleiches Gesicht, das von einem abern des weißen Blumen geschmückt war und ihre Augen waren von einem tiefen Smaragdgrün, das die Farbe des üppigen Waldes in Lomarien widerspiegelte. Ihre Haut war so zart wie Blütenblätter und ihre selber Strähnen schimmerten im sanften Licht des Waldes. Ilaras Zeltzer und beschädigte Flügel waren ein trauriger Kontrast zu ihrer sonstigen Schönheit. Trotz ihres Verlustes strahlte sie eine innere Stärke und einen unerschütterlichen Glauben an das Gute aus. Sie war weise jenseits ihres Alters und hatte ein tiefes Verständnis für die Natur und die Magie des Waldes. Ihr Lächeln konnte selbst die düstersten Herzen erhellen und die tiefsten Ängste vertreiben. Mit einem entschlossenen Herzen begab sich Prinz Finian auf eine gefährliche Reise. Auf seinem Weg trefft er auf mutige und weise Gefährten, die ihm halfen. Einen klugen alten Zauberer namens Cedric. Einen mutigen Ritter namens Seraphine und eine weise Hexe namens Isabella. Zusammen schmiedeten sie einen sorgfältigen Plan, um Morgana zu besiegen und den Wald von ihrer Dunkelheit zu befreien. Cedric, der weise alte Zauberer, war von ehrwürdigem Alter und hatte ein markantes, badloses Gesicht, das von tiefen Falten gezeichnet war. Seine Augen waren von einem klaren Grau und strahlten eine ruhige Weisheit aus. Er trug einen langen, dunkelblauen Umhang, der mit silbernen Sternen und Monden bestickt war, und einen spitz zulaufenden Hut. Cedric führte einen langen Stab aus dunklem Holz mit sich, der mit geheimnisvollen Runen beziert war. Seine Stimme war tief und beruhigend und er verfügte über ein tiefes Verständnis für die Magie der Natur. Als Beschützer des Waldes war er fest entschlossen, die Dunkelheit zu betreiben und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Serafin, der mutige Ritter, war von beeindruckender Statur und druckglänzender Rüstung, die im Sonnenlicht funkelte. Seine Haar war kastanienbraun und fiel in lockeren Wellen über seine breiten Schultern. Seine Augen waren von einem tiefen Braun und strahlten Entschlossenheit und Stärke aus. Serafin führte ein glänzendes Schwert, das in den Kämpfen gegen die Dunkelheit viele Siege errungen hatte. Er hatte ein edles Herz und war bereit, sein Leben für das Wohl anderer zu riskieren. Seine Töpferkeit war nur durch seine Loyalität gegenüber Prinz Vinian und seinen Freunden übertroffen. Isabella, die weise Hexe, hatte silbernes Haar, das in einem eleganten Knoten auf ihrem Kopf gebunden war. Ihre Augen waren von einem tiefen Smaradgrün, das die Farbe der Natur und der Magie widerspiegelte. Sie trug ein Kleid aus lebendigen Blumen und Blättern, das sich harmonisch in die umgebende Natur einfügte. Isabella führte einen schlichten Holzstab, der mit winzigen, leuchtenden Kristallen besetzt war. Ihre Stimme war sanft und melodisch und sie verstand die Geheimnisse der Natur und der alten Rituale. Als weise Beraterin war sie entschlossen, ihre magischen Fähigkeiten für das Gute einzusetzen und die Dunkelheit zu vertreiben. Die Reise war gefährlich und voller Herausforderungen. Sie durchquerten unheimliche Wälder, überwanden Reisenflüsse und bestanden Prüfungen, die ihre Entschlossenheit auf die Probe stellten. Doch die Freundschaft und der Zusammenhalt der Gruppe halfen ihnen, jede Herausforderung zu meistern. Finnian erkannte auf dieser Reise, dass wahre Stärke nicht nur in körperlicher Kraft lag, sondern auch in der Freundschaft und im Glauben an das Gute. Schließlich erreichten sie das verborgene Versteck von Morgana und es kam zu einem epischen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Mit vereinten Kräften und der Kraft der Freundschaft besiegten sie die böse Hexe und befreiten den Wald von ihrer düsteren Herrschaft. Als Dank für seine Töpferkeit und Großzügigkeit erfüllte Elara Finnians Herzenswunsch. Er wünschte sich, dass der Wald für immer in strahlendem Licht erstrahlt möge und dass Elara wieder fliegen könne. Sein Wunsch wurde erfüllt und der Wald von Lomarien blühte in seiner vollen Pracht auf. Als Zeichen für den Sieg des Guten über das Böse und Leits Tribut an die Freundschaft und an den Glauben an das Licht. Finian kehrte als Held in sein Königreich zurück, aber er vergaß nie die wertvolle Lektion, die er auf seiner Reise gelernt hatte. Er erkannte, dass wahre Größe am Herzen des Menschen liegt und dass die Freundschaft und das Gute immer segen werden. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage in Lomarien, wo das Licht und die Liebe regierten und die Erinnerung an ihr gemeinsames Abenteuer für immer weiterlebte. Die Geschichte von Prinz Finian und Clara wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Es diente als ein zeitloses Märchen über Tapferkeit, Freundschaft und den Sieg des Guten über das Böse. Es diente als leuchtendes Beispiel für die Kraft des Zusammenhalts und die unermüdliche Suche nach Schönheit und Licht in einer oft düsteren Welt.